Wussten Sie, dass 50% aller Firmen bei Lieferverzug mit Strafzahlungen drohen? Dass aber nur 1% aller Firmen Termintreue belohnen? Dass 60% aller Fehlteile von Zulieferern verursacht werden? Aber nur 17% durch interne Engpässe? Dass der Einkauf zwei Drittel seiner Zeit nur mit operativen Tätigkeiten verbringt? Dass man durch elektronischen Datenaustausch diese Zeit halbieren kann? Wussten Sie, dass elektronische Abwicklung 38% der Einkaufstätigkeiten einspart? Dass E-Mail-Verkehr kein elektronischer Datenaustausch ist, weil die Belege trotzdem manuell übertragen werden müssen? Dass Lieferantenportale die gesamte Auftragsabwicklung nicht effizienter machen, sondern manuelle Tätigkeiten bloß zum Zulieferer verlagern? Wussten Sie, dass 81% aller Unternehmen sagen, Transaktionsstandards senken die Kosten und 91% finden, sie bringen mehr Transparenz? Dass aber nur 10% aller Unternehmen Transaktionsstandards zur überbetrieblichen Kommunikation einsetzen? Wussten Sie, dass ein Auftrag in Edifact bis zu 5000 verschiedene Felder hat? Dass andere Übertragungsformate dagegen mit weniger als 200 Feldern auskommen? Dass eine Bestandsreduzierung von nur 20% einer Umsatzsteigerung von 42% entspricht? Wussten Sie, dass eine Erhöhung des Lieferservicegrads von 90% auf 99,5% eine Verdopplung der Sicherheitsbestände bedeutet? Dass ein Bestandssenkungspotenzial von 30% bei gleichem Lieferservicegrad besteht? Wussten Sie, dass ein Bestandsreduzierung von 30% bei gleichem Lieferservicegrads ist,